Nackt war mit Giraffe, ist auch gut! Wie krank kann man sein? Wir haben eine Giraffe in einer Nacktbar, warum? Das kann eigentlich nicht Das kann nur besser werden! Ich bin kaputt! Ich habe auch eine gute Idee. Ich habe echt eine gute Idee. Das bin ich gespannt, wie das umgesetzt wird. Da ist schon ein Wort aus den vier Wörtern, die ich geschrieben habe, super schwer zu zeichnen. Ja, wie soll ich das denn bitte machen? Ey Leute! Kreativ? Denke ich mir auch gerade so... Ähm... Ja... Meinst du es machbar, wenn ich einfach... Ich kann nicht schliessen... Ich kann nicht schliessen... Ne... Schliessen... Ich bin nicht schliessen... Ich bin nicht schliessen... Ich bin nicht schliessen... Ich bin aus Hause... Okay... Ich habe es... Ich habe es nicht richtig verstanden... Du kriegst Lumi jetzt die Sachen nach mir, ja? Dann könnte es... Dann könnte es... Das könnte man glaube ich gut erkennen... Wobei ein paar Details wahrscheinlich von dem Satz untergegangen sind... Weil die habe ich nicht gemalt... Die ich eigentlich malen sollte... Wenn du weitere Tipps gibst, mache ich es noch deutlicher... Ja... Ich habe überhaupt keine Tipps gegeben... Ich habe nur gesagt, ich habe Sachen nicht gemalt, die eigentlich gefragt wurden... Oh, ich habe es falsch gemacht... Jetzt wird es verfälscht... Ja... Ja... Ich kenne die Worte nicht... Ich kenne es nicht... Und... Super... Ich bin 5 Minuten konzentriert... Und euch dann wieder zuhört... Und nur noch lachen... Warum bist du so lange konzentriert? Weil ich wirklich... Das ist Gartic-Phone! Oh no... Das habe ich hier gemacht... Ah... Schöne Sache... Was? Zum Geier? WTF? 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 Oh... Scheiße... Huch... Huch... Ich bin immer gespannt, dass jemand malen kann... Was ich jetzt gemacht habe... Wir haben nur noch ein paar Runden... Das geht noch ein weiter... Scheiße... Ich habe es gerade noch so... Geräusche... Das ist doch schön... Huch... 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 Ich habe hier überhaupt nichts gewünscht... Ich bin ein Opfer des Ganzen... Felix... Kommst du klar... Muss man dir helfen... WTF? Was habt ihr alles da reingeschrieben? Du liest es jetzt erst? Es ist nicht ein bisschen spät... Ich habe... Es sind drei verschiedene Sachen... Ich meine... Es ist nicht ein bisschen spät... Wenn du jetzt erst liest... Huch... Huch... Ich war schon so... Huch... 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 Irgendwie... Mal sehen... Ob das funktioniert... Oh... Wie soll ich das... Beschreiben... Okay... Du hast doch gecheckt... Du beschreibst einfach so... Wie das gecheckt hast... Ja... Kommt so viel vor... Ja... Dann schreib alles hin... In Stichpunkten... Immer so... Schlagwörter... Bam... 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 Sprung... Ja... Genau... Das war ein Schlagwort... Sprung... Ah... Der Sprung war gut... Warten wir es mal so wie es ist... Ja... Sprung... Das war Hammer... Was? Okay... Ey... Mach doch... Moment... Das muss ich kurz zurück machen... Dann brauche ich einen geraden Strich... Scheiße... Geht's dir gut... Felix... Muss man dir vielleicht doch helfen... Nein... Nein... Scheiße... Alles okay... Ja... Pascht... Ich reduziere es immer auf das Wesentliche... So... Guck mal was hier geboten wurde... Der Bundestag feiert Ostern... Oh... 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 Ah... Darius ist direkt nach mir da... Das wird lustig dich... Hahaha... Das hat Merkel... Was... Merkel hat Bubis... Ich glaub... Merger hat Bubis... Gesucht Ostereier... Oder sind es andere Politiker... Hahaha... Hahaha... Auch so wie es bis ist... Da hat es so... Ich hab halt zerkannt... Er hat... Hahaha... Die zeichnen... Wo der Winter ist als Politiker... Hahaha... Das ist ja richtig... Das ist so... Das ist so... Hahaha... Hahaha... What the fuck... Woah... Ich wusste nicht was das ist... Ich wusste nicht was das ist... Den kann ich auch nicht erkennen... Ok... Ja... Hahaha... 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 True... 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 Also was Blau impfen würde irgendwie... Ich weiß auch nicht... Ja... Hahaha... Hahaha... Wow... Hahaha... Hahaha... Awesome... Oh... 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 Sono... Was hast du wieder reingetrollt? Ah... Stimmt... Von dir habe ich Sachen bekommen... Hahaha... Hahaha... Ok... Hab ich dann geraten... Oh du gesagt hast... Du hast manche Sachen nie gezeichnet... Ich hab Dark Souls noch nie gesehen... Ihr Arschlöcher... Vom... Ne... Ich hab das zehnte Mal halt nicht gezeichnet... Weil das wusste ich eh nicht wie es geht... Ich dachte... Es geht nicht drauf... Dass ich sterbe da drin... Das war dein Raten... What the fuck... Der Dark Souls... Oh nein... 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 Moment... Was? Was ist denn DOS? Äh... Divinity Original Sin oder? Achso... Ja gut... Das sieht doch so aus wie Windows Fenster da im PC... Ja... Aber warum kommst du da auf... Achso... Du kommst auf Windows... Hm... Ich hab das Beste aus zu machen... Achso... Jetzt macht alles hin... Perspektive und sowas so gut... Ich steh absolut immer mit dem Rücken zu meinem Stream... Kann doch gut werden... Das ist hart... Das ist hart... Auf jeden Fall... Oh... Oh... O nein... Oh nein... Oh nein... Achtung... Giraffen im Käfig... Oh nein... Oh nein... Ich... Ich... Also... Ja eben... Das ist ein Pavianosch, hab ich nachher nicht gedacht. Nacktbar mit Giraffe entgegen. Leif um Privat bereit. Scheiße. Ich hab's nicht mehr probiert, als Slater ist. Ich hab's voll überlesen. Ich hab gelesen, Nacktbar. Und ich hab' aber Nacktbar. Nacktbar mit Giraffe ist auch gut. Nacktbar mit Giraffe ist auch gut. Nacktbar mit Giraffe ist auch gut. Wieso, wie krank kann man sein? Wir haben eine Giraffe in einer Nacktbar, warum? Das kann nicht sein. Das Spucken ist nice. Das kann nur besser werden. Ich bin kaputt. Nee, ich brauch' nen Pellreparateur. Drei Stunden, Leute. Oh, nee. Oh, oi, oi, oi. Katze trinkt Bier. So ist es bei Felix gerade. Das war mir gut, dass es von Felix ist. Aber das Bier zu erkennen ist schwierig. Katze erkennt man Bier. Pikachu. Da geht das hin. Pikachu ist Popcorn und gönnt sich den neuen Dota-Animal. Der wurde einfach rein deprediert. Vor allem schwarzes Popcorn. Ich hab' den Dota-Animal nicht erkannt. Pikachu, Alter. Das ist doch eindeutig mit Rana aus Sprechen. So wie ich spreche. Und wie ist das denn mit der Motorsäge? Ja, die will das Pikachu. So schnell wird aus meiner Katze aus dem Freewatcher Schwarten Katze in Pikachu. Mit ner Motorsäge. Ja, sag mal so. Katze mit Bier. Wie, Bier ist gelb. Katze. Pikachu ist gelb. Ich verstehe es schon. Zehn Kilo Käse geschenkt zu Weihnachten. What? Oh, nein. Oh, Gott. Ui, 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 ui. Baum legt Sonne auf die Wartscheine. Das erhält sich auch. Oh, süß. Baum legt Sonne auf die Wartscheine. Oh, das macht Sinn. Ich hab gedacht, ob das auch alle? Nee, schreide dich. Der Käse. Schreide total. Der Käse funktioniert halt gar nicht im Ersten. Jetzt kommt das Unrealistischste. Ja. Lumi läutet die Glocken in Dark Souls. Oh, ja. Der Dark Souls, ich kennst in Stream, ich guck so. Ich wollte gesagt, ich dachte das zehnt Mal durchspielen, das Unrealistische. Ich guck in Dark Souls. Ich hab's im Kopfhallen da gleich. Weiß ich. Ja, für. Ja, für. Ja, für. Ja, für. Ja, für. Wenn man irgendwie draufkommt. Aber... Lumi spült Glockenläuten auf. only for fans oh nein ich weiß was oh kommt da das noch was ich denke warum hat grüne Haare oh nein nein Pumuckl hat doch keine grüne Haare ich wollte eigentlich zweiter schreiben aber da war die Zeit vorbei vor allem Steam TV ich dachte also wer Pumuckl ja genau das das ist der beste Pumuckl in der ganzen Reihe ja aber ohne Nase ich finde meinen Pumuckl auch awesome stimmt der hat keine normale Menschen Nase Medlar jetzt sohn aus der Hölle spricht österreichisch ja ja ich hatte nur das ist meine zweite Idee gewesen oh Gott oh Gott oh Gott das soll Satan sein ich wusste nicht was Satan sein soll ich dachte das wäre irgendein Streamer oder so deswegen habe ich gedacht aber scheiße ist doch einmal ein Typen ich habe immer mehr das sollen wie sind wir halten ja oh da ist wieder Österreich ja also wir sind da schon geblieben alle sind gefallen die kontaktgrenze spanien österreich sehr gut kann es bei mir direkt an das kam bei mir an ja das ja das habe ich verstanden das war ben das 1 und jetzt das 1 und direkt verschwunden nur wieder den typen von der route der sich zu fäden machen kann die traurige ich habe richtig große eier anscheinend richtig großes aber ich würde sagen ich verabschiede mich dann wird mir reicht das ich danke für die lustigen runden